Bahnhof Hützel und voller Kesselwagen, wie gehabt. Jetzt bin ich jetzt ziemlich am Bahnhofsende, am Gleisfeld. Dann gleich mal nach vorne nochmal fahren. Anschlussgrenze. Hier ist nochmal also ein Privatgleis. Unten sogar mit Schranke. Und es sieht so aus, als wäre der erst neulichsten Zug gefahren. Das hier ist das Anschlussgleis zur Reifwarenlagergenossenschaft. Richtig mit Schranke und Klingel Lagerhützel. Ach, hier war es ein Waggon. Richtig mit Schranke. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020